Sollten Sie an Höhenangst leiden, klicken Sie jetzt lieber auf den Pause-Button. Denn das Selfie-Video, das die Extremkletterer Andrew Tso und Daniel Lau zusammen mit einer Freundin hier abliefern, ist nichts für schwache Nerven. Gemeinsam sind sie auf die Spitze des fünfthöchsten Wolkenkratzers Hongkongs, The Center, gekraxelt, in eine Höhe von 345 Metern. Durch den Einsatz eines sogenannten Selfie-Sticks, an dem die Kamera montiert ist, erscheint der Blick auf die 3 und die unter ihnen liegende Stadt noch schwindelerregender.